Willkommen im Schneckenkeller von ProfiSchnapp.de Ich habe heute wieder was ganz besonderes für Sie und zwar eine Original Sherry Mustergruppe von Willi Schillig als Zweier plus Longchair die ist nur produziert worden, dass einmal eine Gruppe gemacht wird ohne Rückenverstellung Der Rücken ist hier nicht verstellbar, die Arme lennen schon Was kann man hier sagen? Nun, Sherry hat die Modellnummer 24600, hat einen mittelfesten Sitz etwas mehr Sitztiefe, damit Sie es bequemer haben eine sehr lange und breite Recarriere oder ein Longchair zum Liegenlümmeln Und auch, was Sie machen wollen Natürlich können Sie hier die Garnitube benutzen, wie Sie wollen und viel Bodenfreiheit, ideal auch für Staubroboter, Saugroboter und für die optische Wirkung sehr leicht Da der Rücken nicht verstellbar ist, haben Sie immer eine leichte Wirkung Ich vermisse es zum Beispiel überhaupt nicht und Sie haben natürlich einen Wahnsinnspreis Sherry ist frisch gekommen und wird in dieser Farbe Grafit wohl nicht lange hier sein Hier im Schnäppchenkeller oder bald bei Ihnen Würde mich freuen Dankeschön Und Tschüss, Ihr Lutz Reinhardt Dankeschön 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 Vielen Dank.